Ich bin immer noch dort oben bei, also hier in der Nähe von dem Bunker hier, wo ich, wo die, wo die, die, die Pum runter sind. Ich bin hinter dir, David. Ja, ich hab schon gesehen. Na, jetzt hab ich, das ist kacke. Schon kacke, man verliert sich schnell den Augenblick. Bist du, bist du, bist du auf dem Hügel oben, Martin? Ja. Sicher? Wo bist du überhaupt? Ich bin immer noch auf dem Hügel, wo wir vorher waren. Weil ich nie weiß, wo ihr hinterher seid. Nee, bist du, bist du nicht? Nee, oh, Mann. Boah, ey, das ist der Sinnlöser, Mann. Ich trage sie auch noch, ja, ich bin ja auf dem Hügel. Das ist ein Martin. Nee, das ist ein Martin, ich verstehe es auch nicht. Wo warst du denn da? Ich hab, ich hab kurz mal Überblick verloren, ich muss es sagen. Du musst doch wissen, wo du bist. Martin. Ja. Ja, wo bist denn du? Ja, ich bin jetzt beim, beim Mario. Ja, wo warst du vorher? Ich war vorher bei der Rechts. Oh, da kommt einer. Oh, da kommt einer. Ja. Ja.